Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update Video. Ja, Bitcoin bewegt sich kaum vom Flag 16.940 US-Dollar, ist das aber möglicherweise nur die Ruhe vor dem Sturm. Sehen wir möglicherweise heute noch oder vielleicht morgen zu Beginn der neuen Woche einen heftigen Pump mit endlich Breakout aus unserem Falling Wedge. Das werden wir auf jeden Fall im heutigen Update Video besprechen. Doch bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, damit ihr auch keine Signale mehr verpasst. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht, beziehungsweise eins noch. Ich habe gestern wieder den Wochenausblick hochgeladen mit SPX, DXY, Dow Jones und natürlich Bitcoin. Was können wir nächste Woche erwarten? Also schaut euch auch das gerne an. Und damit jetzt zurück zur Chartanalyse. Wie gesagt, momentan 16.940 US-Dollar. Wir knabbern hier wirklich an unserem Falling Wedge Support. Das ist hier diese gelbe Linie. Wir hatten ja unseren ersten Richter hoch, wo wir dann wieder zurückgewiesen wurden. Und jetzt sind wir hier seitwärts unterwegs und versuchen hier jetzt so langsam aber sicher nach oben hin auszubrechen. Vom RSI auf den 1-Stunden-Chart haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und die Liquidität, die hier oben einfach liegt bei den 17.040 US-Dollar ist sehr hoch. Wir ziehen mal ganz kurz das FIP-Level dazu, wo wir uns momentan zumindest befinden. Da sehen wir auch, okay, Golden Pocket liegt ziemlich schon bei Breakout-Punkt. Wenn wir es jetzt ein bisschen genauer, dann sind wir hier bei 16.980 US-Dollar. Also genau da, wo nochmal eine Short-Position momentan liegt. Werde aber überlegen, nochmal eine neue, sag ich mal, Short-Order zu platzieren. Je nachdem, wie sich jetzt heute der Tag ausgeht. Wir haben natürlich nach unten hin weiterhin unsere Vector-Candles. Auch hier lohnt sich ganz kurz der Blick mit dem FIP-Level ein bisschen zu arbeiten. Ziehen wir von unserem Low zu unserem High. Da sehen wir, okay, hier unten, wo unsere 1-Stunden-Demand-Zone liegt. Genau hier bei den 16.800 US-Dollar liegt noch guter Support. Und das wäre auch so momentan, die erste Anlaufstelle sollten wir jetzt hier jetzt nicht drüber schaffen, dass wir hier nach unten hinfallen. So, dann die Traders-Reality-Indikator auch mal dazunehmen. Unsere Psy-Range sehr, sehr eng. Einerseits von 16.911 und die geht bis ca. 16.940. Also wir haben hier eine 30-Dollar-Range. Da seht ihr auch, wie viel Bewegung jetzt nur am Wochenende war, nämlich gar nichts. Wir sind über dem Daily Open, also das sieht schon mal ganz gut aus. Trotzdem müssen wir jetzt aufpassen, wie wir unser Breakout kriegen. Dann kriegen wir ein Fakeout ohne Vektor-Candle, ohne gar nichts. Dann würde ich es auf jeden Fall als Fakeout bezeichnen. Kriegen wir einen schönen Pump mit einer Vektor-Candle, dann sieht es auf jeden Fall gut aus. Wir haben unser CME-Cat bei 16.911, also würde auch perfekt hier zu unserem Psy-Low passen, zufälligerweise. Also da müssen wir noch ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten sollte es irgendwelche Signale geben, poste ich das hier auf jeden Fall rein. Ihr seht hier unsere letzten Orders, die alle noch teilweise aktiv sind. Werde ich natürlich immer wieder Updates dazugeben, also gerne reinjoinen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hat sich hier sehr, sehr wenig getan. RSI auf den 1-Stunden-Normal-Bereich, wir gucken ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart, wie es danach aussieht. Da sind wir schon ziemlich weit oben. Da seht ihr, wir sind so im 65er-Bereich, ist schon ziemlich hoch, würde also eher für eine kleinere Korrektur sprechen. Und wir haben zwei Level, auf die es halt jetzt eben ankommt. Einerseits die 16.800, die meines Erachtens noch nicht ausreichen werden, um diesen Ares ein bisschen runter zu bekommen. Ansonsten haben wir hier unten bei den 16.500 US-Dollar den nächsten Bereich mit einem ehemaligen Golden Pocket, der interessant werden könnte, beziehungsweise weil auch hier eine 4-Stunden- und 1-Stunden-Demand-Zone liegt. Des Weiteren ziehen wir uns nochmal ganz kurz das FIP-Level von unserem generellen Low bis zu unserem Pump jetzt. Da seht ihr auch, okay, 16.500 US-Dollar, wo wir gerade drüber gesprochen haben, kommt da sehr, sehr gut hin. Das wäre jetzt auch, sollten wir jetzt hier zurückgewiesen werden, so der erste Ankerpunkt, wo ich sagen würde, okay, wir probieren hier nochmal eine kleine Long-Position, wenn wir uns hier stabilisieren sollten und versuchen dann wirklich endgültig diesen Pump nach oben hin zu kriegen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist dann dieser Pump? Wir haben, wie gesagt, noch eine Ineffizienz hier oben bei den 17.280, wo auch unser Take-Profit 3 von beiden Long-Trades momentan noch läuft. Darüber, wie gesagt, noch diese 1-Stunden- und 4-Stunden-Supply-Zone, die hier auch noch mit reinkommt und das Golden Pocket dieser gesamten Abwärtsbewegung. Also da kommt schon eine Menge zusammen, das kann sich hier wirklich dann um einen Fake-Out handeln, aber wir haben auf jeden Fall die Luft, zumindest hier oben diesen ganzen Bereich abzuholen. Aber, wenn wir jetzt wieder in die Traders-Reality-Schiene reingehen, haben wir hier einen doppelten Boden. Ein Push, zwei Push, drei Push. Der vierte Push ist dann meistens das Doppeltop und das spricht dann eher dafür, dass wir hier oben die 17.040 nur abholen mit einem Short-Impuls aufgrund auch des RSI und sonstigen und der Liquidität, die hier oben liegt und dann nochmal abverkauft werden in dem Bereich der 16.500 US-Dollar. Aber, was wir auch dazu sagen müssen, wir haben zwei Long-Positionen offen, das heißt, wir sind hier gut momentan drin. Das heißt, wir könnten auch hier oben nochmal eine kleine Short-Position eröffnen mit einem sehr, sehr engen Stop-Loss dann. Also nicht hier oben in die Region um 17.300, da oben würde ich mir dann sogar einen größeren Short aufbauen, aber so einen ganz, ganz engen Stop-Loss einfach hier in diese Region, um dieses Doppeltop mitzunehmen und dann die Reise zumindest in den Bereich der 16.500 US-Dollar. Also es wird ernst langsam. Falling Vetch neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise jetzt zum vierten Mal, aber ihr wisst, normalerweise vier, fünf Mal und dann bricht diese Zone. Es wird jetzt auf jeden Fall nächste Woche sehr, sehr interessant werden. Dann, Blick zu Ethereum, gleiches Spiel, wir befinden uns hier weiterhin am Golden Pocket, wo die Short-Position momentan noch läuft, zumindest meine, die habe ich nicht in die Gruppe gepostet, weil es dann doch ein bisschen zu viel war. Wir haben hier schon ein schönes Doppeltop gebildet, aber wir blicken ganz kurz auf den 1-Stunden-Time-Frame-Reseeds hier aus. Wir haben eine Bearish Divergence, das ist klar, aber das Volumen, was hier oben einfach noch drin ist, das stört mich ein bisschen und da kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal so einen vierten Stoß nach oben hinkriegen, vielleicht nochmal in den Bereich der 1.280 bis maximal 1.290. Ich glaube, da müsste sogar schon ein Setup in der Gruppe sein. Ansonsten kommt es noch, das sind so die Zonen, die ich jetzt nochmal im Blick behalten würde, um die Liquidität am Wochenende abzuholen, weil wir viel, viel weniger Liquidität eben am Wochenende haben. Deswegen würde es sehr, sehr gut passen. Einfach jetzt nochmal so ein höheres Hoch und dann eben eine größere Korrektur. Die kann ich mir erst einmal vorstellen bis ungefähr 1.230 bis 1.226. Das wäre hier diese ehemalige Range, die getestet würde. Und auch hier Traders Reality Indikator nochmal ganz kurz anmachen. Wir haben hier eine Vektor-Candle und wir haben hier unten noch eine Vektor-Candle, die nicht abgeholt wurde bei den 1.200 US-Dollar. Würde zwar einen größeren Dump bedeuten, aber möglich ist momentan alles. Ich würde mich jetzt hier nicht auf unendlich long fixieren. Eine Korrektur wäre meines Erachtens nach zumindest kurzfristig überfällig, bevor wir uns dann nach neueren Hochs und sogar hier in dem Bereich der 1.350 US-Dollar vorstoßen könnten. Aber das ist momentan so das Max-Til. Wir müssen jetzt erstmal gucken, bricht Bitcoin aus, holt sich Bitcoin nur das kleinere, höhere hoch und driftet dann ab. Dann sehen wir natürlich bei Ethereum auch eine größere Korrektur meines Erachtens nach. Also hier noch ein bisschen vorsichtig sein. Short-Trade werde ich dann aber gegebenenfalls nochmal in die Signalgruppe reinposten. Und da wurde sich gestern noch VeChain gewünscht. Ihr könnt natürlich auch weiterhin in den Kommentaren über eure Altkundenwünsche abstimmen. Also gerne unten in die Kommentare jetzt reinschreiben, welche Altkunden ihr euch wünscht. VeChain wurde sich gewünscht und zwar, ob wir da ein bisschen längeres Video machen können. Ich halte mich da momentan ein bisschen zurück, weil mir gefällt der ganze Chart nicht. Ihr seht hier, ihr seht die Candles, die sind richtig ugly momentan. Also da tut sich wenig. Wir hatten diese 4 Stunden Bullish Avergence, die hat ausgespielt. Vom Pump her waren das halt nur 10%. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sehen möchte. Wir haben uns nicht mehr getraut, hier oben diese 4 Stunden Supply Zone bzw. diese Ineffizienz zu holen. Wir ziehen ganz kurz das Fibonacci Retracement Level auch mal hier. Da sehen wir, okay, das wäre auch hier oben in dieser Gegend. Also Kraft hat nicht ausgereicht und vom Volumen her, naja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Für mich eher, dass wir uns nochmal diesen Bereich hier unten um 0.0152 holen. Das wäre auch nochmal so ein kleiner Kaufbereich. Warum? Schauen wir uns auch gleich mal ganz, ganz kurz dazu an. Auf dem Daily Time Film seht ihr hier, okay, wir haben hier noch diese Ineffizienz, die von diesem Pump aus, ja, Dezember 2020 sogar stammt. Und das wäre so das erste Ziel, wo ich sagen würde, okay, hier unten nochmal so eine kleine Bullish Divergence reinzukriegen. Vielleicht auf dem Daily Time Film würde es sogar sehr, sehr gut passen mit einem Lower Low und dann mit neuer Kraft, sage ich mal, versuchen, diesen Bereich um 0.018 auf jeden Fall anzulaufen. Gut, dann war es das Chart-Analyse mäßig. Wir gucken ganz kurz auf die News Celsius, schlechte Nachrichten für Anleger des Kreditgepers. Ja, da wird es wahrscheinlich auch keine guten Nachrichten mehr geben. Auch hier ein großes Sorry, wer da vielleicht investiert hat oder sonstiges, wird wahrscheinlich nichts mehr kommen, denke ich mal, aber das Thema ist durch. Ansonsten Link dazu findet ihr in der Telegram-Gruppe bzw. dann auf CryptoGuru.de. Und ja, schauen wir einfach mal, was uns nächste Woche erwartet. Ich bin ziemlich gespannt, aufgrund auch VPI-Daten, die am Donnerstag anstehen, aufgrund der ganzen Tech-Werte und sonstiges. Da kommen viele, viele Widerstände jetzt auf uns zu. Wird eine interessante Woche, denke ich. Ich denke, jetzt diese Woche wird es auch richtig losgehen, nachdem letzte Woche noch so ein bisschen wegen Neujahr und so war. Aber nächste Woche wird sehr, sehr interessant werden. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen wieder zu einem Update-Video. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe reinschauen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten bis morgen. Ciao, ciao und stay crypto.